Hallo und willkommen bei mir zurück auf dem Kanal der Scammer, so heute eine weitere Folge von IAFG24 mit der Durkmo Karriere. Wir grüßen hier von Platz 4 und starten rein gegen die SGE bzw. Eintracht Frankfurt für die Leute. Und einmal die Stadtaufstellung von Frankfurt ist mit Capra Se bekocht, Puta, Shikiri, Knauf, Baby, Mag, Mia, Sanabria, Götze, Brode, Dinebembe, Jureka, Nkankam, Nkunku, Ghost, Gral, Alarius gesperrt. Und damit starten wir rein. Diesmal nicht ins Spiel, sondern in die Schnellsimulation. Damit sehen wir uns gleich. Im Moment gibt es auch wieder. Und wir verlieren mit 2 zu 3 im Signal in Luna Park. Das ist nicht gut. Also bedeutet das jetzt, wir müssen im nächsten Spiel kommen. Jetzt heißt es FC Bayern München gegen Dortmund. Der Klassiker im deutschen Fußball. Wir schauen einmal drauf. Neuer, Gey, Delecht, Kimmich, Leymar, Kroos, Suero, Kumon, Moustia, Lassane und Kane. Vorher dennoch hinterher auf der Bank ist Müller, Masraoui, Mendy, Supomoteng, Tillemann, Perez und Helm. Ja, Toni Kroos, wieder hier zurück vom FC Bayern. Das ist nicht gut zu sehen, aber wir starten eine krasse Konferenz. Ich freue mich ein kleiner Akt. Und damit sind wir gleich im Stadion. Und hier sind wir im Sanders Park, also in der Allianz Arena. Normalerweise Dortmund bzw. Bayern gegen Dortmund. Und mal gucken, was hier heute passieren wird. Auf jeden Fall muss es heute definitiv sehr spannend werden. Riasson mit dem Ballverlust. Nicht gut. Da muss er aber wieder hinterher. Riasson im Laufduell mit Sané. Und Sané kommt hier noch vorbei. Kobel mit der guten Parade. Wir bleiben hängen. Süle sehr stark mit dem Einsatz. Brand. Jetzt hier auch nochmal. Und Adeyemi mit Tempo. Und das kann er ja. Aber bleibt hier hängen direkt. Und jetzt geht es weiter. Adeyemi-Ecke. Kimmich klärt. Und das war sogar ein Abseits, wie man es gerade nochmal gesehen hatte. Aber jetzt Vöhlkrug. Vöhlkrug bleibt hängen. Jetzt Sancho. Kommt hier nicht weiter. Wolf. Und wir müssen weitermachen. Gegen die Bayern heute. Drei Punkte liegen zu lassen. Wäre nicht gut. Wir müssen die Bayern definitiv stoppen. Wir haben drei Punkte gegen Frankfurt liegen gelassen. Wir müssen jetzt die drei Punkte müssen mit nach Dortmund. Süle mit dem Fehlpass. Süle ackert nochmal hinterher. Und Schlotterbeck. Sehr stark. Und es gibt die gelbe Karte für Schlotterbeck. Ich habe da eine Stinknummern-Einsatz gesehen. Aber man will ja nicht viel machen. Und Marco Reus ist angeschlagen. Wir müssen den Lauf der Partie noch runternehmen. Für mich alles regulär. Ich weiß nicht, was der Schiedsrichter da gesehen hatte. Harry Kane gegen Kobel. Und Kobel hier mit der Glanzparade. Riasson. Brand. Riasson. Jetzt mal über den Flügel. Richtig. Riasson. Nochmal in die Mitte weg. Aber die Bayern können klären. Definitiv. Heute sehr spannend. Dortmund gegen Bayern. Wir haben zwei sehr starke Kader hier. Die aufeinander treffen. Der Dortmund-Kader vielleicht ein Stückchen schwächer. Aber nur im Sturmbereich würde ich sagen. Und das machen wir sehr gut. Bis dato. Und jetzt muss Süne dahin. Kobel mit der Eichparade. Er rettet uns definitiv hier heute. Sehr viel. Den Arsch. Marco Reus. Den nehmen wir gleich runter. Und das noch vor der Pause. Marco Reus. Wie müssen wir eigentlich den Titel holen? Wolf. Bleibt hier hängen. Malocht nochmal hinterher. Die Mentalität hier in Dortmund. Die spürt man. Aber das Mir Samir kommt hier auch nicht durch. Und jetzt Ademi. Bleibt hängen. Jetzt müssen wir definitiv mehr machen. Kriasson. Nochmal Ademi. Das macht er sehr stark. Und da kommt das Sprinttempo wieder durch bei Ademi. Aber auch das Sprinttempo hilft dir in dieser Situation nix. Mittlerweile 38 Minuten gespielt. Und Salihöcan. Sehr guter Beinarbeit. Und Zayden Sancho. Er kann zum Abschluss kommen. Und Sancho. Der Torschütze wird der Nummer 7 hier in der Allianz Arena. Da macht er es. Der gute Dortmunder Junge. LKF für den FC Bayern München hier in der zweiten Hälfte. Mittlerweile angekommen. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier auch keine Fehler mehr zulassen. Und Kobel hier mit der Echtparade nochmal. Capitano Kobel hält uns hier drinnen. Und jetzt Sancho hinter Kimmich hinterher. Gute Beinarbeit. Sancho bleibt hier nochmal hängen. Aber jetzt kommt Bayern nochmal. Und da mit Lirazone. Der bleibt auch hängen. Jetzt Wolf. Wolf hier mal kurz mit dem Dribbling. Sancho wird geschickt. Sancho gegen Coman. Sancho sieht Wolf. Wolf kann hier zur Flanke kommen. Füllkrug in der Mitte. Und Neuer ohne Probleme diesen Ball gehalten. Mittlerweile schreiben wir die 62 bzw. 63. Minute hier im Deutschen Klassiker. Und da müssen wir direkt wieder aufpassen. Die Bayern darf man hier nicht unterschätzen. Aber Sprint-Tempo von Adiemi hilft uns hier auch gerade sehr viel. Gut, dass wir den Jungen hier spielen lassen. Adiemi. Und damit sind wir auch schon wieder direkt vorm Tor gewesen. Und jetzt Sane Schlotterbeck ist vorbei. Ich wünsche, ich könnte jetzt hier immer so sagen, so Schmelzer, so Buttig. Aber das ist die Truppe nicht mehr. Aber dafür ist es komisch, das Zweite. Und jetzt müssen wir hier aufpassen. Nochmal Adiemi. Er kann hier nochmal anziehen. Und das macht er sehr stark. Karim Adiemi. Jetzt nochmal in die Mitte rüber. Und Füllkrug stand er schon wieder bereit. Und Wolf. Schlotterbeck. Jetzt müssen wir direkt aufpassen. Und dann ist es Cuero, Ex-Dortmunder gegen Wolf. Und damit ist Kobel wieder, der hier uns nachschrittet. Und direkt geht es wieder weiter in die andere Richtung. Wir versuchen hier wirklich alles zu machen. Und das mir ist an mir gerade momentan mehr am Drücken als der BVB. Aber das machen wir sehr stark bis dato. Süle. Gut gemacht. Brand. Jetzt auf dem Weg in die andere Richtung. Wolf. Mal das Spiel ein bisschen breiter ziehen. Wolf jetzt hier. Mit dem Laufduell gegen Guerrero. Wolf mit der Flanke. Karim Adiemi bekommt diesen Bein nicht. Und jetzt müssen wir aufpassen. Die Gretchen kommt zu spät. Und Musiala. Gegen Rehason. Süle. Ich würde sagen schon Schlotterbeck. Aber Schlotterbeck ist ja mit der gelben Karte schon markiert. Sancho. Wolf. Immerhin diese drei Punkte jetzt hier mitnehmen. Aus der Allianz Arena. Besonders aus dem Stornos Park. Allianz Arena ist ja hier leider nicht vertreten. Denn. Und das machen wir sehr stark. Und Rehason hier nochmal mit der gelben 90. Minute. Groß geht raus. Mittlerweile. Dann. Sani auch verletzt. Und. Und. So beklärt ist. Und wir holen diese drei Punkte aus Bayern. Und dann starten wir rein. Direkt. Heute heißt es. Signale. Im Signale. Nudapark. Dortmund. Gegen Stuttgart. Natürlich. Tabellenplatz 3. Wir haben die Bayern erstmal da oben runter geschoben. Und. Die Meisterschaft ist tatsächlich hier noch nicht entschieden. Jetzt Spieltag. Nummer 28. Einmal. Hier rein. Wieder raus. Ihr könnt gerne auf Pause drücken. Wenn ihr Startaufstellung sehen wollt. Damit. Gewinnen die schnelle Simulation. Und das gewinnen wir. Und Torschütze bei uns ist Mahlen, Brandt und Haller. Sehr stark. Und jetzt heißt es. Im Borussia Park. Borussia München-Gleitbach. Gegen Borussia Dortmund. Tabellen Situation sieht so aus. Leverkusen 1. Mit einem Punkt vor uns. Danach kommen die Bayern. Mit Punktgleich. Wir bloß mit einer besseren Tordifferenz. Dann kommt RB Leipzig hinter uns. Dann erst der VfB Wolfsburg Frankfurt. Hoffenheim. und Gleitbach auf den 8. Danach kommt Union. Köln. Freiburg. Die untere Tabellenhälfte sieht natürlich mit Neuaufsteiger. Heidheim und Darmstadt. Das Schlusslicht auf. Damit würde ich auch sagen. Gehen wir auch wiederum hier. In den Bericht rein. Ihr könnt einmal gern gut stoppen. Und dafür. Ziehen wir jetzt keine schnelle Simulation. Sondern die lange Simulation. Aber ich habe gerade gesehen. Hummels kann nicht spielen. Das ist nicht gut. Aber dafür haben wir Niki Süle. Der ist definitiv da. Noch da. Und damit spielt auch Adi Emi und Sancho wieder. Von Anfang an. Und das wird unsere Truppe sein. Mit der Wer rein starten. Außer Marco Reus. Der wird mal durch Rainer ersetzt. Und hier im Borussia Park. Borussia Mönchengladbach. Gegen Borussia Dortmund. Und Adi Emi direkt mal mit dem Ballgewinn. Hier über die Seite. Und das machen wir sehr stark. Sancho. Das hätte besser ausgehen können. Und jetzt nochmal Adi Emi. Und damit gehen wir in eine einzelne Führung. So wollen wir es sehen. Wir sind am Tierhund auf die deutsche Meisterschaft. Und damit sind wir hier definitiv noch drin. So eine gelbe Karte gebrannt. Nicht gut. Jetzt muss mehr von uns kommen. Brand. Mach ja keine Fehler mehr. Ich will nicht nochmal so eine Aktion sehen. Sonst wird es ein bisschen schwer. Laufende Saison noch. Aber wir sind immer kurz davor. Und jetzt wollen wir die deutsche Meisterschaft uns holen. Die deutsche Meisterschaft soll ja natürlich auch hinterher. Also die Schale nicht Probe hochhalten. Die wird dann auch definitiv ein Marco Reus hochhalten. Weiß ist die Schale, die ihm fehlt. Und jetzt hier Sancho, Reiner, Sancho. Und jetzt geht es sehr schnell. Aber wir bleiben wieder hängen. Gladbach macht hier definitiv nicht auf. Aber kommen auch definitiv nicht bei uns richtig durch. Ademi, da war Benzibaini jetzt hier nochmal über Brand. Das ist Haller, Planke, sehr stark. Und Schlatterberg, der hier natürlich vorbeigeht. Reason, auch noch sehr stark. Jetzt müssen wir hier stärker werden. Aber der Schuss war wohl nix. Satz mit X war wohl nix, könnte man hier in der Situation sagen. Definitiv wird es hier noch sehr spannend. Brand mit dem Ballverlust. Adamed, sind wir jetzt in der Pause. Springen auch direkt weiter. Wir wollen natürlich hier die drei Punkte holen. Gegen Gladbach. Wichtige drei Punkte geholt gegen die Bayern. Wichtige drei Punkte gegen Stuttgart. Jetzt die wichtigen drei Punkte gegen... Dagegen Gladbach. Stuttgart Gladbach, die Bayern. Wenn wir die Punkte komplett holen. Und natürlich Kove, der bei uns 1 A ist. Dank ihm sind wir überhaupt noch hier. An dieser Stelle... Und damit... Muss... Reiner jetzt hier was machen. Und Ronny Reiner... Er trifft... Mit einer Rücknummer 10 mittlerweile. Weil die Rücknummer 7 ja an Sancho wieder... Begeben wurde. Aber... Die 10 steht ihm genauso gut. Wie die 7. Und jetzt... Muss nochmal mehr kommen. Und das ist... Soweit alles ganz gut. Gut... Wir... So langsam müssen wir mal wechseln. Da gehe ich auch mal direkt rein. Reiner... Da kommt... Reus rein. Sancho kommt... Mal... Gladimi kommt... Nochmal Pulisic. Weil die... Das sind die drei, die sich hier am meisten gerade abhackern. Und jetzt... Muss hier nochmal definitiv richtig was kommen. Und die Flanke... Und die bekommen wir leider nicht mehr. Schade. Omlin hier... Sehr gut... Unterwegs gerade. Und jetzt müssen wir nochmal... Richtig... Malochen. Und was ist denn mit Reiner los? Alter... Fast keine Ausdauer mehr. Und der läuft ihn trotzdem dann noch so an. Sehr stark. 90. Plus 1. Das werden wir jetzt definitiv über die Zeit bringen. Und das war's. Wir haben die wichtigen drei Punkte aus Gladbach mit dem 2-2-0. So sieht es momentan aus. Jetzt... Sind wir schon am Spieltag Nummer 30 angekommen. Leverkusen. Und natürlich müssen gleichzeitig auch noch die Bayern patzen. Die Punkte müssen wir uns holen. Aber da würde ich immer kurz den Kalender gehen. Weil... Ich weiß gar nicht, ob wir schon über das Limit sind. Ja, über das Limit sind wir definitiv. Wo es gerade am spannendsten wird, muss man natürlich dann auch aufhören. Aber für die nächste Folge definitiv der Dortmund-Karriere auch mit. Hummels wird definitiv hier nochmal rauskommen. Reiner wird nochmal für Reus spielen. Adiemi für Pulisic. Sancho für Mahlen. Talios Can für Can. Und Sabitzer. Mit dem kann ich nicht mehr anfangen. Ich hoffe, wir werden hier nochmal los. Ole Pullmann hatten wir da nochmal. Michael, Blank. Aber die würde ich jetzt nicht gegen die Truppe spielen lassen. Aber... Würde ich hier mit einem Riaston gehen. Und mit einem Wolf. Platz mit Benzibaini. Tatsächlich. Und so sieht unsere Start-Formation auch bis dato. Jetzt für die nächste Folge aus. Damit heißt es hier auch bis Ende erstmal. Lass dein Abo da. Lasst einen kostenlosen Like noch da. Und aktiviert die Glocke, dass ihr immer benachrichtigt werdet. Abo ist auch kostenlos. Mein Ziel sind es die 1000 Abonnenten. Dabei könnt ihr mir noch helfen. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bei mir hier auf dem Kanal. Das ist Game on So. Viel Spaß. Bei diesem Video. Und ich wünsche euch einen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Wenn ihr das Video auch immer seht. Ich möchte verabschiede ich mich. Und ciao. Euer Game on So. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.